Ja, hallo zu einem neuen Let's Play. Ich bin eine Tasse TLP und heute spielen wir Rack Your Boss. Ja, ich habe eine neue Playlist ins Leben gerufen, die heißt Mini Let's Plays. Darauf werde ich ausschließlich Spiele Let's Playen, die sehr kurz sind und in ein paar Minuten durch sind. Wir gehen mal auf Enter. Und ich warn euch, dass obwohl die Grafik nette, also so gezeichnet ist, ist das Spiel wirklich brutal. So, so. Bößer Boss. Was? Es ist anscheinend ein Point-and-Click-Spiel. Was pa- What the fuck? Shit. Ja, ja, ist ja nichts passiert. No. Und ich muss anscheinend 20 Wege finden, ihn umzubringen. Ach du Scheiße. Autsch! Das tut weh. Oh, nein! Ja, krabbel, du Hund, du! Autsch! Ah! Ah, äh, ja. Sehr realistisch gemacht. Und wieder den iPod rausgeholt. Und jetzt ist der Cleaner übel lustig. Und den Strang rausreißen an. Ich will nicht wissen, was da gerade passiert. Au. Ah! Oh. Die ziehen das Gederne? Hey. Ja, ja. Wow. Ja, so geht's auch. iPod kennen wir schon. Ah, Wasserspender. Hm. Ja, schützt dich nur. Oh, ne, ich hab's im Gefühl, was er damit macht. Er ertränkt ihn. Nein! Tu's nicht! Nein! Nein! Ah, aua! Ja, der scheint... Ah! Der scheint tot zu sein. Ne Uhr? Unnötig! Ah! Uh! Also, falls euch euer Boss nervt, merkt euch das mal. Dann lernt man es fürs Leben. Haha! Yo, Kumpel, danke! So, der Typ kommt wieder vorbei. Jetzt kriegt er mit... Der Tasche. Sein Gesicht fehlt. Hm, frische Pizza! Die bringt uns bald der nette Mario vorbei. Mit extra viel Tomatensauce. Ja, die bösen Augen. Oh Gott, der Taka. Oh, das kann nichts werden. Oh! Nimm das! Ah, shit! Au, schat. Ah, das musste wehtun. So, wir müssen noch 13 Wege finden. Ich beeile mich mal. Computer! Boah! Oh! Oh! Ja. Oh, leichte Aggression. Tastatur bekommen wir auch noch. Oh! Wo ist die Taste top? Ja, hochwertige Qualität von Kick. Ah! Schmeckt's? Schmeckt's? Ah! Au! Oh, die Tasse! Oh! Oh! War das grad Pac-Man? Egal! Egal! Oh, das ist genial. Ich weiß zwar nicht, was er damit anstellen will, aber... Ah! Oh! Oh! Verstehe. Cleaner. Ich reißen meinen Schrank raus. Ach! Der Blick! Der Blick! Au! 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 Ja, noch acht Wege? Wart, beeil dich! Oh, der Regenschirm! Das ging schnell! Was hörst du da? Klassische Musik oder was? Papierkorb auch noch! Oh, du bist gefeuert! Ich werde dich verholt! Ah! Ah! Hm! Hm! Jetzt brauchen wir... noch sechs Wege! Hm! 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 Was? Was? Oh. Alles falsch. Ich glaube, der dreht gleich durch. Ah, ah. Ich würde jetzt eine rein schnallen. Ja, komm, halt mal. Ah! Uh! Ah! Oh, shit! Oh, das muss wehtun. Oh, da muss realistische Knochen geknacken. Ja. Warum nicht? Das war... Wer hängt sein Gehirn drin? Was passt jetzt? Oh, was hatten wir noch nicht? Wrong, wrong, wrong. Ah, ich kann ihn auch nicht umbringen. Das lassen wir aber mal. Dein Projekt muss komplett erledigt werden. Wo? Äh... Ah, der Stuhl geht! Oh! 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 So sieht's bei mir auch aus! Oh, das ist ja ganz unauffällig, der Raum. Oh! 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 Wer auch immer sich das ausgedacht hat, hat er ernsthafte Probleme. Einen Nagel durch den Hals. Oh, drei müssen wir noch finden. Uhung. Was zur Hölle geht noch?! Ein Moment. Ah, die Schere. Au. Hm, was ist das bloß? Oh, oh, shit. Der ist leer. Das ist jetzt ein Bild, wie für Gödel. Ein Weg gibt's noch, ohne ihn nicht zu raten. Die Hände, die Hände. Ah, das grüßt. Aber jetzt gibt's aufs Maul. Ja, das war jetzt unspektakulär. Aber Pikmin geht's.